Wenn ich für einen Tag die Welt regieren dürfte, will ich alle Politiker kündigen. Ich bin dagegen, dass die Menschheit sich selbst zerstört. Ich würde allen Menschen sauberes Wasser garantieren. Wenn ihr mich nicht ernst nehmt, nehm ich euch auch nicht ernst. Ich mach was, du machst was, er macht was. Danke schön! 10-Empfe